Wir hatten alle besiegt. Wir hatten alles erreicht. Wir waren bereit für den Freestyle-Soccer-Contest. Der Nebel kommt jedes Jahr vor dem Finale. Das wird immer gruseliger. Doch dann kam sie. Ja, und wer ist das? Beim heimlichen Kopfkissenzipfen, Lotte. Sie hat keinen Darm, weil das Graubin auch keiner hat. Wir müssen alle Einzelwettkämpfe gewinnen. Sonst haben wir nicht den Hauch einer Chance. Die ist eine Nummer zu groß für euch. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Wie viel Splitte? Dich war ich. Und dich war ich auch. Deine Unterhose. Wie ich es hasse. Ich nenne dich Horizon. Es ist nur ein Mädchen, Leon. Ich dachte, du bist mein Bruder. Das macht dir alles kaputt, was dir wichtig ist. Weißt du was, Leon? Das Ende der Welt ist der schönste Ort, den es gibt. Die Wilden Kerle 4. Der beste Wilde Kerle Film aller Zeiten.